Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem RPG Projekt. Ja, ich wollte heute, wollte ich hier die Sachen mit den Mistcraft machen. Dafür haben wir Tinten, Ampullen, Leder und ein bisschen Papier. Dazu müssen wir hier Eichenholz, so wie einen Tisch machen und darauf, glaube ich, Papier und Leder. Hm, so herum. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn wir nicht... Ah, eine Feder. Wir haben keine Feder. Also eins muss drauf gehen, ein Huhn. Wir haben ja mehrere erwachsene Hühner. Ja, toll. Ja, eine Feder haben wir. Gut. Geht mal weg, bitte. Das müssen wir in eine Feder machen. So. Auch nicht? Wasser. Ich denke, Wasser. Ah, die Crafting Rezepte in diesem Mod. Sind schlimm. Na, toll. Dann halt ein Fläschchen ohne Wasser. So, 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 so. Ja, endlich. Also haben wir mal einen Schraubtisch. Die machen wir mal hier drüben hin. Die muss ich so irgendwie an die Wand kloppen. Jetzt ist der Ding. Also, ähm, hier kann man... Hm, wurde das auch geändert. Irgendwie das Modpack wird die ganze Zeit überarbeitet. Hier kann man Papier rein tun. Und hier unten Tinte. Oder hier oben. Tintenampole gehören hier hin. Okay. Wenn man jetzt irgendwas schreibt. Blöd. Geht nicht. Wir brauchen hier Leder. Hier oben Leder. Ein Buch könnte man hier gebrauchen. Also das ist, denke ich mal, zum die Bücher verändern. Naja, das bringt uns wenig, wenn wir nichts hier rein tun können. Ich brauche einen weiteren Tisch. Wie macht man die weiteren Tische? Huh. Schweißes nicht. Hier kann man leider auch nicht nachschauen. Aber hier. Backboard. Brauchen wir dem Tisch noch einen Rahmen. Als Leder. Dann müssen wir ein paar Tiere sonst schlachten, wenn wir zu wenig haben. Einen Rahmen. Und den Rahmen in die Mitte. Und dann war mit mit Holz, oder? Ja. So. Haben wir einen weiteren Tisch. Und der kann auch hier an die Wand, oder was? Na toll. Den kann man gar nirgends platzieren, oder was? Den müssen wir an eine Wand platzieren, wahrscheinlich. Ja, toll. Muss ich jetzt eine Wand bauen. Ach komm. Wie kann ich denn den Tisch platzieren? Wie kann ich denn den Tisch platzieren? Ein Beispiel. Ein Writing Desk. Und das ist was. Schauen wir nochmals. Ein Writing Desk. Backboard. Eine Fließe des Zimmermanns. Crafting Guide. Für was ist das? Das ist für diesen Mod. Das ist der Crafting Guide Mod. Das brauchen wir nicht. Ähm. Ja. Ich müsste nachschauen. Ich müsste nachschauen. Da sind ja noch die. Genau. Ein Buchbinder, vielleicht. Und ein Tisch. Tintenmischer. Buchbinder zuerst. Okay. Eisen, bitte. Hier oben und hier oben. Wie an einem Tisch. Und dem können wir hoffentlich hier das Beste herstellen. Wie kann man den platzieren? Schauen wir nochmals kurz hier unten. Ein Schreibtin. Das muss man über dem Schreibtisch machen, oder was? Noch mehr. Ah, so. Jetzt hat man hier noch etwas dazu. Ich kann ja gar nicht das abbauen. Das ist wahrscheinlich nur zur Dekoration, oder so. Also hier muss man Leder rein tun. Das Leder haben wir jetzt gerade nicht. Dafür haben wir jetzt sehr viel Weizen zum März züchten. So. Hier nicht zuerst, wenn ihr kommt. Okay. Haben wir leider nur ein grosses noch. Also. Okay. 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 So. Mach mal. Ficke, ficke. Und da können wir noch ein paar Hühner rauskriegen, probieren. Ja, eins. Okay, nur eins. Ähm, ja, ich wollte Kühe töten, stimmt. Wir haben vier Stück, sehr schön. Geht mal weg. So, ähm, Papier brauche ich, glaube ich, noch. Und Tinte. Die Tinte habe ich leider weggetan, da müssen wir neue machen. So. Ah, noch eins. Genau. Und mit dieser Tinte und dem Ding können wir jetzt etwas machen. Brechen wir noch Papier oder was brechen wir noch? Ah, das Papier haben wir leider auch nicht mehr. Das muss ich ja noch eins machen. So. Jetzt kann man hier Papier reintun. Hier. Da muss man hier ein Buch reintun. Was muss man noch? Ah, ich kenne mich so nicht aus. Da müssen wir unbedingt wieder ein bisschen nachforschen. Okay. Ah, hier muss man die Dinge. Da kann man hier ein Buch. Ah, stimmt. Wir brauchen eine Seite. Genau. Eine Seite. Machen wir Und natürliche Grass. So. Dann kommen die wieder rausnehmen. Und jetzt. Also schreiben. Grass. Und jetzt. 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 Normale Tinte. Feder. Eine Feder. Noch mal schlachten bitte. Geht mal weg. Immer seid ihr hier. So seid ihr in dieser Stelle. Wollt ihr raus. So. Dann halt eine Feder hier hin. Wir finden das schon raus. Auch keine Feder. Also hier ist Leder richtig. Das berechnen wir dann dort hinten. Also Buch geht nicht. Hm. Wir finden das schon heraus. Noch mal diesen Wassereinfüllen hier. So. Wie geht's denn? Na die Wasser sind schlecht hier. Müssen wir ein bisschen auslechten. Hm. Was könnten wir noch dorthin tun? Wasser alleine. Nein. Ein leeres. Ding. Und leeres Fläschchen. Auch nicht. Hm. Ja dieser Motor verändert sich die ganze Zeit. Da haben wir immer Probleme. Wir müssen den anderen Tisch noch herstellen. Dazu schauen wir hier wieder. Da. Also den Buchbinder haben wir Tintenmischer. Stein. Stein. Ja Stein habe ich jetzt gerade nicht so. Müssen wir den letzten Cobblestone. Mal braten. Müssen wir dann noch was holen. Ähm. Ja. Ah. So kann man. Die Enden oder was. Ja bringt uns nicht. Papier. Blank Page. Ah. Die kann man umenden. So die Benutzten oder so. Keine Ahnung. Da haben Blank Page nicht. Also das lassen wir. Buch lassen wir. Okay. Nein die Page. Okay die Page nehmen wir auch mit. So jetzt schauen wir nochmals. Fünf brauchen wir. Ein leeres Fläschchen. Und was noch? Zwei Holz. So. Ähm. Wie war's? So doch so. So. Leeres Fläschchen. Genau. Tintenmischer. Den tun wir hier hin. Genau. Hier kommt Tinte hin. Hier kommt. Buch rein. Hm. Ja Tinte hab ich. Okay dann muss ich hier ein paar. Diesen nehmen müssen wir ganz normale Seiten hin tun. Klopapier. Genau. Jetzt hab ich Linked Panel Page. Und die brauchen wir jetzt zum Beispiel für ein Buch. Gehen wir hier hin. So. Und so. Oder so. Ach komm. Eine Tinte vielleicht. Ja nein. Tinte nicht. Ich dachte ein normales Buch und so eine Seite. Hier brauchen wir zwei Seiten. Zwei Bücher. Drei Bücher. Nochmal nachschauen. Ähm. Ich hoffe das ist hier drin. Ich brauche so ein Buch wo man wieder sich zurück porten kann. Die sind glaube ich braun und grau. Also gelb sind sie. Äh grün sind sie nicht mehr. Ich brauche das grüne Buch ab. Das ist nicht mehr grün am Anfang. Da. Na das ist Buch und Fäde. Aha. Ein Notstizbuch könnte man auch herstellen. Aber. Es braucht Läde. Okay gut. Ganz langsam mal durchschauen. Ach vielleicht brauchen wir so ein Buch. Wo machen wir das zuerst? Ähm. Ach so macht man. ein Beschreibungsbuch. Ähm. Machen wir mal eins. Aber dazu brauche ich noch ein Denkbuch. Ja aber wie? Hm. Ich brauche ein Rückfahrbuch. Ich brauche ein Rückfahrbuch. Das kann man doch so leicht bauen. Jetzt kann man das nicht mehr so leicht bauen. Alles wird schwerer. Die Mots müssen nicht mehr schwärmen. Ich finde es ist nicht. Es existiert nicht. Ja nicht dort reinklicken. Ja nicht dort reinklicken. Ja nicht dort reinklicken. Gibt es noch eine andere Working Page oder so. Krass. Hier kann man es ändern. Oder umbenennen. Aha. Ich möchte wieder eine zweite. Ja okay. Mache ich ein zweites noch. Ohne. Ja, aber ich komme da nicht mehr zurück. Ich möchte mal ein Buch finden. Damit man überhaupt zurück kann. Sonst kommen wir nicht mehr in diese Welt. Das ist das Blöde. Meine Katze jammert schon wieder. Ja, was könnte man noch verwenden? Leder. Braucht man Leder? Geht mir Leder? Okay. Unsere Kühe gehen wieder raus. Ähm, Leder und Beschreibungsbuch. Nein, natürlich nicht. Wie denn sonst? Oh, jetzt haben wir das Ding aufgebracht. Ach komm. Nochmals ein Neues. Nein, eben nicht hier rein. So. So und Leder. Ja, nicht verbundenes Ding. Und das müssen wir jetzt verbinden. Wir machen noch ein Teil da. Ähm, jetzt muss ich da nochmal nachschauen, wie die gehen jetzt plötzlich. Die gehen auch wieder anders. Ähm, da. Ja, Buchständer. Ja, okay. Dann habe ich mich geirrt. Also eben hier reinschauen. Dann haben wir ein Verbindungsbuch. Und hier. Okay, ich werde mir zuerst die Maps sichern. Und dann geht es im nächsten Mal hier weiter. Aber ein paar möchte ich noch nicht beenden. Genau. Das muss ich dabei lassen. Nicht vergessen mitzunehmen. Eine Angel. Dann gehen wir jetzt nochmal meinen. Haben wir. Ja, wir haben noch Spitzsacken. Dazu Wegpunkte. Stronghold an. Und hier zu teleportieren. Und jetzt erkunden wir noch kurz das Stronghold weiter. Ähm. Wo war der Gang nach unten? Hier war ein Gang nach unten. Okay. Hier haben wir Gold. Hinten dran ist sicher auch. Ah, das ist. Ah, hier kommen wir runter. Okay. Hier ist nichts. Vielleicht hier. Nö. Aber hier drüben ist es. Ich sehe noch ein bisschen. Das muss irgendwo hier sein. Oder ist das oberhalb? Das müsste oberhalb sein. Ja, hier. Hier waren wir schon mal. Okay. Hier geht es wieder runter. Aha. Auf der Map ist alles falsch. Ein bisschen eingezeichnet. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Gehen wir mal hier weiter. Okay, hier ist scheinbar nichts mehr. Mist. Also, wir müssen jetzt noch hier drüben schauen. Hier geht es weiter. Okay, hier geht es rund. Nein, diese Seite schauen. Da muss doch irgendwas sein. Hier haben wir Eisen. Hm. In diese Richtung muss doch noch etwas sein vom Stronger. Was auf der Map sieht man ist, aber das ist auf einer anderen Ebene. Es müssten oben dran sein. Hier ist nichts. Lava. 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 Okay. Aber keine Diamanten. Hier haben wir sehr viele Pilze. Die nehmen wir mal mit. Okay, einen lassen wir hier noch. Und den auch. So. Nein, ich möchte hier noch eine... Höhle. Ähm. Nicht so. Hier runter. Hier runter. Okay, gehen wir nach oben. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang. Ja. Die Bibliothek hat es ja nichts mehr. Das ist eine neue Bibliothek. Oder haben wir hier die Kiste vergessen. Nein, das ist der alte Bibliothek. Ähm, wo ist die Kiste hier? Ähm. Können wir mal hier rüber. Ähm. Hier hat es den... Springbrunnen. Hier. Gehen wir mal hier entlang. Hab's da auch eine Sackgasse. Kohle könnten wir noch gebrauchen. Okay, scheinbar habe ich alles entdeckt. Von diesem Stone. Gehen wir mal runter, Streetman. Einfach runter gehen. Okay. Ah, hier haben wir noch einen Stronghold. Hier waren wir noch nie. Okay, sehr schön. Oh. Ha, ein Diamant. Okay, haben wir. Hier oben. Hier waren wir auch noch nie. Okay, da ist ein total neuer Bereich. Ist gut, dass wir dort, ähm, gegraben haben. Okay, gehen wir mal nach unten. Ja, hier ist ein Vieh. Das ist total eine Sackgasse. Okay, das bringt uns hier wenig. Gehen wir nicht mehr nach oben. Ähm, jetzt gehen wir mal hier rein. Und Was ist das? Das ist hier noch ganz groß. Hätte ich nie mal gedacht. Okay, hier ist nix. Okay, hier ist nix. Dann komme ich jetzt wieder zurück. Hier. Die Tür. Also, wo waren wir noch nicht? Hier hinten. Okay. Da ist es noch dunkel. Eine Türausweichstelle. Damit man die Tür nicht drücken muss. Den Knopf für die Tür. Hm. Okay, dann haben wir alles. Da nach oben. Oh. Na sowas. Können wir die Kiste abbauen. So. Na sowas haben wir etwas Tolles gefunden. Mit ein bisschen, äh, Ding drin. Mit ein bisschen, ähm, Essen drin noch. Ähm, ich möchte Minenhaus an. Hier zu teleportieren. Und mal schauen, was wir noch gebrauchen können. Hallo Margarete. Du, tanzt es, Dieter. Glasscheiben, Glas. Da kann ich den Pflasterstein hier. Machen wir die Sachen rein. Ähm, hier möchte ich, ähm, hier den Schleimball. Bekenholz, Rosenstrauch, Schwarzpulver, Lapslazuli. Und die Karm der Blöcke möchte ich mitnehmen. Machen wir hier ein bisschen Essen rein. So. Ähm, sonst ist alles. Ähm. Ja, das Essen möchte ich gerne auch mitnehmen. Ja, machen wir das Eisenzeugs da drin. So. Jetzt da auch wieder zurück. Äh, zur Farm. Jetzt teleportiert es sich hier richtig. So, alles, was wir jetzt doppelt haben, legen wir mal rein. Äh, wo wir schon haben, die Truhe. Machen eine neue Truhe. Wir müssen nur eine machen. So. Genau. Und hier kommt der andere Schmarrn rein. So, Schleimbäle noch. Ähm, hier haben wir doch rohes Rindfleisch braten, bitte. Ähm. Jetzt haben wir hier eben die Beschreibung. Ich möchte nicht in die Graswelt, ich möchte in diese. Und ja, dann machen wir das nächste Mal, wenn ich die Welt gesichert habe. Gehen wir dann in dort rein. Machen wir noch Eisenspitzhacken. Ähm, wo ist das Eisen? Da oben. Noch eine Eisenachst. So. Und ein Eisenschwert. Da können wir dort auch betteln gegen Monster. So. Ähm, Eis nehmen wir mal mit. So. Das Buch können wir auch reinlegen. Also, dann gehen wir das nächste Mal dort rein. Und hier haben wir ja die Sachen. Was können wir noch hier rausnehmen? Okay, lassen wir es. Also, ähm. Jo. Das war's damit. An weitem Part. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.